hey leute und willkommen zurück zu let's play dead einen ja 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 ihr habt die letzte folge sehen wir müssen jetzt in die slums da wollen wir auch gleich mal hin ich glaube das war hier ja jetzt ja 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 Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Toren ein bisschen lauter machen So Hu Geld 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 Geben sie mal wieder von den Sachen abholen Aber nicht Nein Wann Es nimmt Wann Es ist Die 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 Schnell hoch, schnell hoch, was wieder gestolzen ist. Komm, geh weg. Hier kommen wir lang, ist ja schlimm. Brauchen wir nicht. Hier können wir was reparieren, yeah. Erstmal zu machen. Und dann können wir hier was trinken, das ist auch gut. Ein bisschen was trinken, können wir sonst was machen? Nein. So, reparieren. Was kämpft man denn gerade? Den kämpfen wir nicht. Auch nicht, auch nicht. Den kämpfen wir, den können wir mal reparieren. Genau, aber da haben wir keinen Kohlen. Okay, dann lassen wir das. Das ist repariert, das ist schon okay. So, und weiter geht's. So, machen wir mal ein Taschenlambar, dann sehen wir hier auch ein bisschen mehr, ne? Oh man. Ja, schon wieder so einander. Oh man. Mist. Sind wir da reingelaufen, ne? Ja, Mist. Sind wir da reingelaufen, ne? Ja, Mist. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. So. Oh man. Sehr schön. So. 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 So, zermatscht, sehr schön. So. Wir hätten das einfach nehmen sollen, ne? Da ist die. Können wir reparieren, ob wir morgen durch noch gar nicht genug enden. So. So langsam müssen wir hier rauskommen, ne? 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 Die drei, die drei. Die drei. Ja! zu ist ja auch zu sein schönes essen und trinken wenn wir am anfang wo wir waren so das oh das ist noch ein paar jetzt ist er genug oh 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 Okay. Hmm, nimm mal das. Scheiße. Ich dachte, der ist tot. Oh, der ist tot. Hm, okay. Okay, wir laufen einfach. Oh, der ist tot. Oh, der ist tot. Licht. Das war aber auch gerade ein Kampf durch die... ...Katakomben, ey. Durchs Abwasser, meine Güte, ey. So. Wo sind wir jetzt? Licht. Ach, wir müssen ja zur Kirche zurück. Stimmt. Oh, mal lieber zu. So, dass da ein Zombie reinkommt, ne? Zack. Ich hab zur Nonne. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Ey, da können wir am nächsten Punkt setzen, ne? Sehr schön. Zack. Und weiter geht's. Wir müssen uns sprechen. Viele, die wir uns nicht verbrechen haben. Ein paar von diesen Hörneren haben die Verbrechen von der Verbrechen. Die Frau, Jinn, mit ihnen verbrechen. Josef mit ihr. Und ich bemerke, dass sie beide. Kannst du sie zurückbringen? Ja, natürlich kann ich sie zurückbringen. Ja, natürlich kann ich sie zurückbringen. Ja, natürlich sind wir nach deinem Freund. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Erstmal essen wir was. Erstmal essen wir was. Ähm, so, okay. So. Dann gucken wir mal auf wir hier noch aus. Ach, wir sind schon wieder voll. Ich denke, du kannst uns helfen. Okay, bestimmt irgendwo was. Entschuldigung, ne? Entschuldigung, komm. Äh, nein. Wir wollen nichts für dich machen. Absolut nicht. Äh, du bist so gut da. Äh, du bist so gut da. Erstmal kaufen. Verkaufen. Verkaufen da oben. Verkaufen. So. So, Diamant verkaufen. So. 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 Das haben wir verkauft. Das letzte Fleisch können wir auch verkaufen. Ah, ja, den können wir auch verkaufen. Kann wir auch verkaufen. Medipack überhalten wir mal. So, zack. Jetzt können wir das schon wieder gewöhnen. Oh, dann haben wir das Wasser. So. Den haben wir hier mal. Der ist auch 200%. Ah, da kommt hier. Kann man was noch... ...multifizieren oder Upgrade? Die sind gegradet. Können wir auch nichts machen. Lassen wir das so. Zack. So, Leute. Ihr habt gesehen, wir haben uns durch die Kandidaten gekämpft. Und jetzt sollen wir noch mal zur Polizeiwache, die besetzt ist von ein paar durchgedrehten Leuten. Ihr seht es auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie wir sie ausräuchern und die Jeffrey Joe retten werden. Und gucken, wie es ihnen geht. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen da, ein Abo und einen Kommentar. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.